Hallo Leute, ich wollte noch zu einem Mal melden, nein, mein Kanal ist ganz toll, Johanna Black. Besteht aus Billard Let's Plays. Voll in. Oh man. Tollisch. Bei 1000 Likes färbt sich Johannes die Haare pink. Nein, blau. Na gut. Und bei 5000 Likes mache ich den Haare abrasieren Prank. Hä, das ist richtig scheiße, wenn du jetzt in 5000, dann würde ich mich pranken. Ganz schön scheiße. Das tut mir leid. Endlich. Zum Glück sind unsere Zuschauerfänger. Ich habe ge... Ah, ich dachte, das wäre die Karte. Wenn ich schon den Marathon 2. Ja, aber das schneide ich hier drin. Ich weiß. Das schneide ich raus, ja. So schön eingepackt mit der K-X-Rift. Mit nichts mache ich gar nicht. Budget mache. Ich muss die volle mache. Ja. Machst du wirklich? Also machst du richtig? Äh. Genau. Egal, switchst du. Ich mache die ganze Zeit kack. Ja, ich A. Ich bin hier von einem Glück, ich bin hier nett. Ach Gott. Das war schon nie witzig. Bitte probier es doch gar nicht. Der ist. Sorry, das war gemein. Du Arschlöch. Du Arschlöch. Ich bin voll doof. Ich mag das. Was? Ich bin voll doof. So geht das. What? Da mache ich Montage draus. Ja. Warte. Maschrin. Ich dachte so doof. Ich dachte schon, jetzt habe ich aber trotzdem eine für dich regemacht. Bin ich jetzt? Ja, zwei. Sogar zwei. Bin ich jetzt nochmal? Ja, da müsste ich eigentlich in Kräfte, ne? Alles klar. Ganz aufzu, dass die ganze Zeit nicht hilfst. Dass es passiert. Wahrscheinlich, wenn der jetzt rumgeht. Wenn der jetzt so kurvt, der macht so. Dann so blub. Bögele. Cool. Das war ein, ja. Das war ein. Mal berührt. Ich habe gedacht, ich treffe den. Warm, bitch. Get out of the way. Fick dich doch. Als ob du das die ganze Zeit nicht wickst, nicht... Ich habe das geübt. Ich bin ein geheimer Profi-Biz-Player. Von Billard. Von Billard. Oh. Da kredit ich immer drin, wenn ich es gewollt hätte. Ne. Das ist bitter, ne? Ach, die Esch-Rund schneide ich einfach nur drin. Ja, das ist eine gute Idee. Ich lade das dann auf PewDiePie hoch, oder? Was? Was? Ich lade das dann auf PewDiePie hoch, oder? Auf unserem Hauptkanal? Ne, das ist unser Nebelkanal. Stimmt. Jetzt, daraus wird die Montage gemacht. Wuuuuh. Wow. Was? Was? So epic. Geht so. Oh, shit. Ich so leck die Webseite, das ist wirklich. Und steckt die Webseite. Ich sehe wieder PC, bei mir leckt es nicht. Da habe ich jetzt echt Dich im PS. Wo sehe ich das? Ich habe durchgehend 30, wo ich aufnehme. Warum dreht sich der so? Ich prübel. Hat sich für Freude... ...verweig getraut. Boom, bitch. Get out of the way. Oh, was war das gerade? Bum, ich hab sogar noch einen guten Gerät von mir. Aua. Easy. Arschloch. Komm, die Anna auch noch. Schade. Du Arschloch. So, genau. Jetzt wird mein Instagram-Profil inge... Äh? Ingeblendet. Ne, ich weiß. Hä, wieso bin ich jetzt nicht noch mal dran? Ich habe doch eine Kugel von mir ringgemacht. Oder nicht? Pfff. Lach nicht. War voll gemeint. Halt doch voll gefroren. Angestrengt. Oh, schade. Du dachtest, es passiert was krasses. Ne, ne. Hä? Musst du die 8 schon ringen machen? Ne, ne, ne. Ich möchte mit der Anna auch die mir ringen machen. Ah, das ist... Schlechte Idee. Warte. Ich habe eine Kugel ringgemacht. Alles klar. Komm, wir machen für das nächste Spiel, dass man nur mit der 8 Kugeln ringen machen darf. Okay. Okay. Challenge accepted. Oh Mann, ich bin so fair. Wieso macht mir das so viel Spaß? Komm, wir machen jetzt die Challenges und dann bring ich dich. Hey, dann wäre mal so wie der Oskar, so 200.000 Abonnenten. Litz. 11. 14.000 Abonnenten. Ich bin 50, du Sau. Warum Oskar? Fisch du Oskar. Ich wäre Oskar her. Schneid dich raus. Das ist wirklich Oskar. Und der hat 200.000 Abonnenten? Ja. Der blüht dir? Ja. Digga, was? Ja, ich bin geil, oder? Fehlst du mich? Was? Ich muss mir mal eine Bildung von Schicke. Ich nehme mich mal nochmal Pain tun. So wie Pain. Oh Mann. Ja, so wie Pain. Easy. Da muss ich aber meist auch nur Bericht drin machen, ums Coole. Oh, schade. Schade. Bist du nicht Musik an? Nee. Ich weiß nicht, warum nicht? Warum? Ich sehe aus so wie Photoshop. Das ist bei mir kein Wunado. Ja, wer bist du? Nee, nee, nee. Werdeverhältnis. So. Schreib. Du solltest aufheben, oder? Fisch dich. Das würde ich wirklich gerne. Bist du? Ist es dir sehr ernst? Till, wenn du dich ziehst, du. Oh, ich dachte ich habe die 8-Wähne. Du Pizza. Dann klatsch ich. Was lachst du? Warum Pizza? Ich habe gesagt, du Pisa. Was? 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 Du Pizza ey! Ich gibt ja... Ich gibt ja... Ich gibt ja... Ich gibt ja... Tomate gibt's ja noch Pizza. Ich glaube das ist das Einzige, was eine Pizza nicht gibt. Till du Pizza, wenn du das sieh'ch! Baudadadada, come on, bau, bau, bau... Was? Was? Ich hab gar kein Facecam an. Was? Wieso guck ich da rein? Warum guck ich da rein? Die... Die sind mal angeschlossen. Geil. Das ist... Weitere Kamera. Ja, so ist halt das... So ist halt das Leben von einem YouTuber. Auf dem Computer weg, dann gucke ich dir zu. Guck mal links... Also guck mal rechts und dann so ein bisschen weiter runter. Ja. So? Hallo! Hallo! Mann, das ist falsch! Oh! Hallo! Hallo! Hast du überhaupt so kuckuckuck? Johannes, ich würde sagen, ich spiele als nächstes Spielrunde. Schach oder Yu-Gi-Oh! Alter, hab ich geile Lüchte für Yu-Gi-Oh! Ne, ich nicht. Die Annika hat ja heute... Ehrlich? Die Annika hat ja heute Geburtstag. Ehrlich? Ja. Ich hab mal... Scheiße. Woher mir? 0 über 10. Ich hab's ja gebürzt. Janik, wenn du das dingst, du Pizan! Pizza, Juli. Du Salat-Döner. Ja. Wieso bist du schon rausgegangen? Ich bin durchgegangen. Fäng mit, du wolltest jetzt ne Karte spiel, ja, Yu-Gi-Oh! Also. Alles klar. So, und ich war's dann. Tschüss.